Schönen guten Abend Leute, also jedenfalls ist es bei mir Abend, bei euch weiß ich nicht. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, ich bin mittlerweile etwas krank, deswegen mache ich jetzt keine Streams oder sonstiges, weil es einfach nur nervt, wenn ich die ganze Zeit da sitze, in die Nase hochziehe. Deswegen habe ich jetzt einfach hier so ein kleines Best-Off gemacht von meinen letzten Spielen, die ich gemacht habe, die ich halt nicht gestreamt habe oder sonst was. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen da und genießt das Video. Man sieht sich dann wieder demnächst. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.